Guten Morgen! Heute ist Nikolaus. Und wart ihr brav? War der Nikolaus bei euch? Bei mir war er jedenfalls nicht. Augenscheinlich war ich wohl nicht brav. Aber ich habe ja einen tollen Adventskalender, den kann ich aufmachen. Und heute Abend ist Workshop-Time bei Oma, falls euch das noch was sagt. Da werde ich ja richtig schön erstmal aufmucken, warum Oma dem Nikolaus nicht gesagt hat, dass ich ein braves Kind war. Was haben wir denn heute Schönes? Glitzerpapier. Guck mal, wie es glitzert. Ich drehe durch. Das ist so schön. Okay, lassen wir das mal sein. Sehr schön. Glitzerpapier in rot und in gold. Aber ich bin wirklich verliebt in unser Glitzerpapier. Das muss ich ja ernsthaft mal sagen. Auch in weiß, das kann so schön glitzern. Und dann haben wir hier noch Metallicfolie in Gold, in Silber und in Champagner. Ja. In die bin ich auch total verliebt. Da habe ich auch schon ganz viel mit gebastelt, wie ihr wisst. Ach, wie schön. Da kann ich ja gleich in meinem Bastelzimmer verschwinden. Ne, brauche ich gar nicht. Ich bin in meinem Bastelzimmer. Und ihr noch was Schönes überlegen, was ich doch damit so anstelle. Ach, ist das schön. Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag. Wie gesagt, ich gehe heute Abend mal Oma ärgern und wir hören und sehen uns morgen. Tschüss. Wie gesagt, wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Wie gesagt, wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.